Ich bin ein bisschen einschaltbar, ich habe Blitz auf Plus 1 und Plus 1. Aber mit Folie habe ich auch abgesehen, ich habe noch Kälber. Sammy? Genau, wer das nicht weiß. So, genau. Strahl, Kopf ein bisschen runter, genau, wo es geht. Danke dir. Die werden nicht die ganze Woche hatten. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Sammy, kannst du einmal die Hand an die Fliege nehmen? Wenn wir nichts anderes mehr anbieten müssen. So war so ein bisschen Lächeln dabei. Die Zeitung hier leer. Ich hätte beim Gala richtig Glück. Gala? Ja. 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 Ja, mit dem Dill-Look. Hallo? Ja, Murilli, was ist denn das? Ist nicht Eis, nee. Es gibt ja nur Eis zu essen. Du wirst ja nicht die Süße Weltvögel. Ich nicht. Wie ist sie? Wir werden oben oben sehen, ja. Entschuldigung. Juri, du hörst dich mal ruhig, weil wir machen jetzt mehr. Die Frau kann nicht gehen. Hallo? Juri möchte es auch machen. Zehn, ja. Hier, gerade vor dir. Ein bisschen weiter nach rechts. Wunderbar. Und der Blick ist gerade zu mir gerichtet. Ja, da schweiß ich. Ganz klein bisschen die mit mir öffnen. Bisschen Zähne. Bisschen Zähne. Ja. Warte noch ein bisschen. Danke dir. Lass dir deinen Nachnamen noch mal bitte. Ja, super. Danke dir. Danke dir. Danke dir. mmh. Ja, genau. Ja, klar. Puh, ding. Das ist so schön. Die sind schon hoher. Schaut sie hier, schaust sie bitte. Nein, nein, jetzt warten wir mal nicht. Jetzt warten wir nicht drauf. Wir sind doch gleich durch, Mann. Wir sind doch gleich durch, Mann. Aber wieder bringen. Jetzt gehen wir mal nach oben. Das war jetzt wieder alles. Jetzt kommt jemand alleine. ... Der hat jetzt einen Blitz eingestellt. Der hat uns ein bisschen beeilen. Ja, gerne, gerne. Der wird noch schwingen. Stopp, stopp, stopp. So, Theresa, hier rechts weiter. Hier rechts, rechts. Theresa, hier rechts. Theresa, hier noch einmal. Theresa, was ist das für ein schönes Glitzerkleid? Theresa, drehst du mal ein bisschen ein? Einmal ein bisschen einziehen. Einmal hier. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Stopp. Ein bisschen bitte. Sehr schön. Ganz ruhig. Hattest du dir gestern nicht? Keine Ahnung. Doch, hat mir. Ja? Ja, aber die hat sich anders genannt. Also bei meiner Beschriftung. Ach so. Warst du ganz kreativ? Ich hab auch gestern Paula, war du? Theresa. Komm, bitte. Meine Name. Der ist meiner Kammer vom Acker. Leon vom Acker. Ist das wirklich? Ja. Wamen, ich hab. Jetzt ist schon der Wache. An dem müssen wir auch nicht zu lassen. Ja, auch so machen. Alles Gute! Hier, beide hier, dann hier! Ja, das brauche ich jetzt! Miri! Erst noch mal zusammen, ihr Bein! Noch mal zusammen und die Köpfe... Und Lisa noch mal alleine, bisschen kurz. Genau, es kleid noch ein bisschen breiter. Genau so schön. So, super! Genau, noch mal schnell! Lisa, rechts! Lisa, hier noch mal! Bein, noch mal! Bein, noch mal! Gleich noch eine große Schraube! Ja, ja, ja! Die sind auf! Seppi! Die sind auf! Ja, die sind auf! Ja, sie sind auf! Wenn man die anderen auch hierhält... Oh, oh! Ja, die sind auf! Ja, das ist so. Entschuldigung, nein, alles gut, wer war's? Ach doch, ja. Und, gerade bitte. Beide hier noch mal? Herrlich, gleich so. Super, danke schön. Händen wir noch mal dahinter, bitte. Alina sind gerade wie gestern, glaube ich. Oder? Nee, hat sie gar nicht. War aber auch so schwarz mit Ausschnitt.